Hallo zusammen, heute bin ich hier in Passerski-Anlage in Eilenburgen und dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Ich zeige euch gleich der neue Nissan GownStar. GownStar, das ist die Hochkarte für den Kombi. Das ist die Kombi Hochkarte. Er hatte 130 PS, 1, 3, 4 Euro und ich zeige euch das ist die Hochkarte. Die Hochkarte, die Gäste zu machen. Musik 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 So, da ist es ganz leise und es macht Spaß beim Fahren. So, da ist es ganz leise. 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 Hallo zusammen. Wie ich versprochen habe, das ist unsere Überraschung der neuen Nissan Outdoor. Und wir fangen mit dem Motorraum. Das ist 130 PS, 1,3 Liter Motor, Benzin. 90 Grad Tür und wie üblich die ganze Bedienung von Fenstern hinten voll. Navi, die ganze Bedienung, sechs Gänge. Und das Handy aufladen. So. Seht euch noch ein bisschen, ja. Schlicht. Und hier lassen. Komplett. So. Hier einfach. Und raus haben sie das Lattblech. 775 Liter. Und wenn ihr so rumgeklappt, da sind es 2800 Liter. Da passen so zwei Euro Palette rein. So. Und rein ist auch einfach, kinderleicht. So. Haben sie gehört. So. Fertig. So. Da haben sie so riesige Fläche. So. Da passt sogar mein Platz hier. Für den Polarbruch. So. Und 94 Grad. Was das alles. So. So. Handschuhtest. Oder. Fach. Das ist zum rausziehen. So. Einmal rein. Scheir. Oh. Und da schiebe ich ganz klein an den Linken. Und da schiebe ich. Und da schiebe ich. Und da schiebe ich. Und da schiebe ich so unter 30. Und das schönste ist, fasst jemand mit vollem Gepäck Schlüssel in die Tasche. Und da schiebe ich. Und da schiebe ich zu. Und wenn ich ihn nahe komme, da geht es so auf. Dann brauche ich keinen Schlüssel. Und da schiebe ich. Also bis dann. Wenn sie euch gefallen, Like, Kommentare und Abonnieren nicht vergessen. Ausführliche Informationen bekommen sie im Autohaus. Steht schon hier unten. Nissan. Nissan. Autohaus. Einmal. Da bekommen sie die ganze Information über das. Also. Ich will ihn. Und bis nächstes Mal. Ciao. 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 あっ. Undle. Untertitelung des ZDF, 2020